Was denkt ihr? Kann man das so machen? Oder... Is it too much? Ich habe jetzt ganz was anderes gemacht, was ich eigentlich... Entschuldigung. Äh, was ich eigentlich machen wollte. Aber hey! Äh, ich hoffe, wir haben damit ein bisschen Probleme ge... Wow, gelöst. Ich weiß, was wir jetzt noch bauen müssen, aber dazu brauchen wir 200 Geld. Wir brauchen natürlich unsere Sicherheitslampen noch. Sollten das hier vielleicht noch... Nur ganz eventuell... So... So... Dann packen wir links und rechts noch Bänke, haben wir hier irgendwo Bänke, die kopieren könnte... Achso, da habe ich... Warum habe ich das solch ne... Finde ich jetzt gerade witzig. Okay. Ich guck mal kurz nach Bänken... Also ich bin mir momentan... zwischenzeitlich nicht ganz sicher, ob das jetzt... ähm... ...hakt oder nicht hakt? Das Rot ist eins zu hell. Nehmen das dunklere Rot... Das Rot sieht besser aus. Oder mach ich es andersrum? Mach ich es so rum? Mach das hier schwarz dafür. Irgendwie sehen die Bänke nicht gut aus. Also sehen sie besser aus, zumindest. Wenn ich das eins dunkler mach... Hier... Hier... Jetzt bin ich sehr, sehr glücklich und... Wir sind gut. Wir haben jetzt wieder gut Geld gemacht. Yay! Ähm... Wir sollen eine Achterbahn bauen. Wir bräuchten ja theoretisch da hinten die Achterbahn. Ich weiß bloß, da brauchen wir sehr, sehr viel Geld. Obwohl ich wahrscheinlich versuchen werde, dass sie nicht ganz so riesig wird wie die hier. Und trotzdem irgendwie das... Das wird schwer. Egal. Auf jeden Fall... ...brauchen wir relativ viel Geld dafür. Das heißt, ich warte auf jeden Fall, bis wir die Darlehens abbezahlt haben. Plus... Dass wir hoffentlich ein bisschen was dann so haben. Aber ich würde dennoch gern gucken, ob wir eventuell noch... Oh... Kann ich das angucken? ... 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 ich bin mir gerade nicht sicher, wo ich als nächstes ich weiß, was ich jetzt da dran mache ich gucke kurz in die Finanzen ich habe nicht ganz genug weil ich will natürlich gucken, dass ich das Darlehen dann möglichst schnell zurück erledigt dann haben wir das nämlich schon mal weg ich meine, wir haben echt viel Zinsen, was wir zahlen mussten und dann haben wir genau 15.000 können wir dann als Ding aufnehmen ich würde gerne eine Forschung starten und zwar Achterbahnen wir starten jetzt die hier und wir gehen ganz nach oben so, damit die möglichst schnell dann ist hier brauchen wir jetzt noch fast 3.000, dann ist das aufgebraucht 19 Verbrechen aber durch das, dass ich jetzt mehr Leute habe werden wesentlich mehr Diebe wieder geschnappt Hier haben wir ja eine kleine Kuschelecke brauchen wir noch mehr Ach, hör auf Komm, komm, komm Ich bin momentan viel zu viel im Minus Ich habe gerade zu viel versprochen, es tut mir leid Ja, du darfst auch wieder arbeiten, komm Sobald ich genug Geld habe Aber wir haben immer noch ein Plus von 27 Bleib mal bitte bei mir Ich sollte alle, die versuchen zu kündigen mal einfach pink anziehen oder so Ich weiß, es bringt in dem Spiel nichts Aber lustig wäre es trotzdem Vielleicht spare ich auch mal und dann kriegen sie alle eine Beförderung Dann kosten sie mich auch mehr Aber sie sind auch effektiver Theoretisch Darf ich dich jetzt wieder einstellen oder nicht? Ich klicke jetzt so lange, bis er wieder eingestellt ist Warte mal Komm mal hierher Das gibt's nicht Ja, er ist ja drin Wir könnten ihn fortbilden und dann könnten wir ihm noch ein bisschen mehr Geld geben So Gut, dann ist unser nächster Plan jetzt hier Ein Lebkuchenhäuschen Wow Wir haben hier jetzt ein Erste-Hilfe-Häuschen Das sind nur zierte Häuschen Okay, und hier will ich Oh Gott Machen wir ein Rest Oh, lass uns ein Restaurant reinpacken Aber wir haben hier auch ein Restaurant, oder? Wow Ich glaube, wir kümmern uns jetzt mal um das Restaurant herüben Also habe ich eigentlich Gäste Ja, ich habe eigentlich Ich habe eigentlich Ich habe eigentlich Nicht so wenig Gäste, oder? Ich habe echt gut Gäste Aber ich habe viel, viel Minus Wow Mein Saft Ist das meist Guck mal hier Hausmeisterchen Super Wenigstens geht er gleich arbeiten So Du kümmerst dich jetzt Hier rum Und Um die beiden Sachen Ich baue da gleich einen Weg rüber Dann geht das Äh Restaurant Seifi Winter Okay Ich weiß, was es ist Ähm Jetzt bauen wir nur so einen kleinen Schleichweg rüber So einen So schmal wie möglich Ich weiß nicht Nutzen den die Gäste auch Ist mir auch egal Sollen sie Ähm Das Personalgebäude Und das hier Oh Gott Ich weiß nicht Das Personalgebäude Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Oder Ich weiß nicht Ich weiß nicht Untertitelung des ZDF, 2020